Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für Ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht. Dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141. Eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Die Pause ist vorbei, Roach. Schluss jetzt. Wir bleiben auf mein Zeichen warten. Okay, das Eis ist stabil. Mir nach. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist das? Viel Glück, Mann. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Fertig! Nicht loslassen! Fertig! Roach, Herzschlag-Sensor überprüfen. Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Roach, diese Trottel haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Wir können uns Zeit lassen. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. Vorsicht mit feindlichen Waffen, Roach. Waffen ohne Schalldämpfer lenken viel Aufmerksamkeit auf Sie. Derselbe Plan. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. Gut gemacht. Der Sturm wird stärker. Wir trennen uns. Ich halte mit dem Thermalziel Fernrohr von diesem Kamm aus Wache. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlag-Sensor. Viel Glück! Wer hat die Kamm aus der Kamm aus der Kamm aus der Kamm? Du kennst, wer bist du? Hör mir zurück, Herr Kamm! Der gehört mir. Ich habe Ihre Kommunikation abgehört. Nach Südosten, das C4 bei der Tankanlage anbringen. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Ich nehme den hier. Außer Sicht bleiben. Einer ist alarmiert. Achtung, der Truck hat angehalten. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Achtung, die Tankanlage ist am Nord-Ost-Ende der Landebahn. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist. Breche auf. Ende. Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Bereich meiden. Roach, ich warte hinter den Hangars an der Südwestdecke der Landebahn. Die Landschaft genossen, was? Los geht's! Die Landschaft genossen, wie die Rauf gehen und das ACS-Modul suchen. Roach, ich bin aufgeflogen. Stillverhalten und Feuer einstellen. Wehr auf! Wir holen die Läder auf den Turm. Sie haben fünf Sekunden entdeckt. Roach, schnell, Plan B. Vier! Dichter der Watt bleiben! Wir nehmen die Mixers Deckel und gehen über die Rollbahn. Südosten! Roach, schmier nach! Los! Rüber zu der Meek! Ich gebe Feuerschutz! Ich gehe zu dem Schieft! Deckung geben! Nähmobile, ausschalten! Nach Ostenroach, los! Nach Ostenrochen! Was ist das? Das Schneemobil neben Roads. Verschwinden wir. Kilo 6.1. Primärer Treffpunkt gefährdet. Unterwegs zur Landezone mit Freitradzeugen. Wir treffen uns dort. Over. Roads 6.4. Kilo 6.1. Verstanden. Hände. Weisere Ziele hinter uns. Abschüttelt. Los. Los. Nicht nachlassen. Anhalten bedeutet tot. Los. 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 Na los. Na los. Oh. Oh. Yeah. Kino 6 Kino 6, Treibstoff wird knapp. Wie ist der Status, Robert? Kino 6, ein starker Beschuss, aber wir sind fast da. Bereithalten! Gas geben! Weiter! Da ist der Heli! Los! Kino 6, wir haben Sichtkontakt. An Bord, na los! Der Treibstoff wird verdammt knapp. Okay, wir haben das ein. Jetzt verschwinden wir von hier. Okay, wir haben das ein. Jetzt verschwinden wir von hier.